Seit meiner Kindheit war ich ungehorsam, dem Papa und der Mama gar nicht ähnlich. Ich liebte Frauen, seitdem ich Pampas trug. Ach, liebe Mädchen, was soll ich euch erklären? Ich liebte Frauen, seitdem ich Pampas trug. Meine ehrten Damen, was soll ich euch erzählen? An einem Tag beim riesig, miesen Wetter begriff ich, dass den Eltern nicht mehr passen. Ging zu den Dieben, bekam dort eine Aufgabe, die weiblichen Herzen zu begeistern und berauben. Ich ging zu den Dieben, bekam dort eine Aufgabe, die weiblichen Herzen zu begeistern und berauben. Eines Tages ging ich Lebensmittel klauen und am Kühlschrank dort stand eine bekannte Frau. Ich fragte sie nach Lebenskäse eigentlich. Doch dann wollte sie für mich selbst alles kaufen. Dann fragte ich sie nach dem Gehackten. Ab sofort hat sie alles verstanden. Ah, seit meiner Kindheit dann war ich ungehorsam, dem Papa und der Mama gar nicht ähnlich. Ich liebte Frauen, seitdem ich Pampas trug. 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 Meine ehrten Damen, was soll ich euch erzählen? Ich liebte Frauen, seitdem ich Pampas trug. 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 Meine ehrten Damen, was soll ich euch erzählen?